So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen neuen Folge. Heute spielen wir UNO gemeinsam mit Paluten, Patrick. Achso, hallo, ja. Guten Tag. So heißt der Name hier. Ja, ja. Mit Moloch Manuel, der holt gerade Wasser und Maudado. Ja, ja. Genau, und ich hab als Regel ausgestellt... Und Maudado, hallo. Und Maudado. Und Maudado. Ich hab als Regel ausgestellt, dass die 0 und 7 was macht. Hey. Achso. Ja, heißt wir tauschen nicht unsere Karten. Unsere Hand gehört uns. Wow. Wow. Und der, der Glück hat, gewinnt eigentlich letztendlich. Aber schauen wir mal, was hier rauskommt. Schönes. Hahaha. Wer aber nur sagt Hallo. Hallo, Malu. Ja, was soll das? Wie geht's hier? Hast du dein Wasser geholt? Spitze, ja. Deine Karten sind sicher, man kann nicht mehr tauschen. Ja. Ist doch schön. Jetzt ist es taktischer. Ja. Total. Ich glaube, es ist aber echt nur, wer Glück hat. Ja, ich glaube, es ist auch schon... Taktisch. Ich hab halt massiver Skill und deswegen werde ich immer gewinnen. Also, ich hab schon mal kein Glück. Also, ich glaube, das hat doch einiges mit Glück zu tun, mit dieser Ziehregel. Das denke ich nicht. Also, ein bisschen. Alter! Ich will... Was sagen? Oh, gerettet, danklich, Maudado. Man hört nur das arme Wein. Achso! Paar Looten, was ich bei deinen Videos immer gesehen hab. Ich hab vergessen, es dir überhaupt zu sagen. Du kannst die Karten auch einfach anklicken, wenn du die dazwischen legen kannst. Du musst nicht D auf der Tastatur drücken. Achso! Oh! Du kannst ja einfach draufklicken. Das ist auch viel einfacher. Oh, ey! Wow, das ist ja echt... Danke! Komm ich noch dran? Ja, jetzt! Achso, ich bin gar nicht dran. Eine 3! Oh, wir machen dann auch eine 3! Bitte Farbe wechseln! Bitte Farbe wechseln! Okay, warte. Ich ziehe was und dann wechsle ich dadurch die... Oh, schade. Oh, ja! Oh, das hat mich geskippt! Guter Farbwechsel! Bitte! So, wir testen direkt mal die neue Einstellung. Alter, ist das ungewohnt! Wir haben schon davor 7 da! Wow, die 7 ist nicht mehr der ultimative Showdown! Alter, ist das ungewohnt! Alter, Alter! Alter, ist das ungewohnt! Ja, klar! Alle haben eine 7! Ja, wenn ihr die anderen Regeln nicht kennt, schaut einfach alle Folgen bei Paluten. Sind nur 10! Ja, bei den meisten Runden spielen wir mit allen Regeln an und es gibt eine Regel, dass bei 0 im Kreis getauscht wird und bei 7 kann man sich aussuchen, mit wem man tauscht. Ist ganz lustig, aber ich wollte mal eine normale Runde. Naja, normal ist die ja immer noch nicht, oder? Oh, ja! Wir sind immer noch bei Blau! Komm schon! Wird's Blau durchschaffen? Ja! Blau hat's durchgeschafft! Ich war so gehypt! So! Ja, aber als ihr Uno als Kind gespielt habt, kanntet ihr auch nicht das mit der 0 und 3 und tauschen, oder? Nee, nee! Äh, 0 und 7 meine ich. Aber das steht scheinbar in den offiziellen Regeln. Ja, das mit Unendlich Zielen kenn ich auch nicht. Aber hier hast du's echt gut kennengelernt, mittlerweile. Ja, ich, ja, ich kenn, ich lerne's echt gut. Ah, Paluten, du bist dran! Oh, danke Zongi, das kann ich aber nicht angehen! Alter, Manu und Paluten sind ja schon am Gewinn und ich hab hier aber nichts! Du bist dran! Ey! Oh! Mal da, du, du willst doch Blau! Ja, stimmt! Alter, lass dich doch mal in Ruhe! Ja, gut, das war's! Oh! 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 Das tut weh! Du hast unser Leben gerettet, Manu! Ja! Du hast mich, Zombie! Ich hab ihn vorhin vorher vollziehen gerettet! Alter! Ja, ihr habt richtig mies getan! Und dann, und dann tritt er mir nur noch ins Gesicht! Mit Anlauf! Ja, wo ist denn seine Blau jetzt? Hallo! Ich hab nicht alle Farben! Oh, Manu! Oh! Danke! Wie nett von dir! Oh! Manu, ey! Mann! Oh! Einmal tauschen! Ja! Oh! Jetzt hat er schon wieder... Oh! Oh! Der kratzt am Uno, der Junge! Der kratzt am... Oh! Warum? Ey! Was stimmt hier mit dir? Ich hab die gezogen! Ich muss die legen! Aber wenigstens Blau für dich, Maudado! Ja! Ja, ich leg jetzt auch Blau! Oh! Gott sei Dank, ey! Hallo! Komm, was kriegt ihr denn, der Junge? Ja, kein Problem, Maudado! Ich bin in deinem Team! Ich krieg immer so einen kurzen Herzenkopf, wenn ich die... Oh! Oh! Und noch eine Runde! Oh! Oh! Was werd ich legen? Ne Zahl? Ne Zahl! Oh! Das hab ich ja noch nie gesehen! Was werd ich legen? Komm schon, ne 4! Oh! Ne 8! Was werd ich legen? Ne 4! Ne 8! Oh! 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 Sehr großzügig! Vielen Dank! Ah! Könntest du mal zurück machen? Ich hab nix! Ich hab keine Six! Das ist einfach nur gemein! Ich hab hier den Bote, Maudado! Oh! Danke! Da geht's direkt wieder weiter! Ah! Ich kann's verarbeiten! Ja! Ey! Ich hab aber auch eine! Er hat's verarbeitet! Ja! Verarbeitet! Ich hab noch eine grüne! Aber das ist meine letzte! Bitte Farbe wechseln! Hier 7! Tauschen! Das ist tauschen! Ich kann Richtung wechseln! Aber nicht Farbe! Zum Glück! Oh ja! Sehr gut! Hallo! 7! 3! Oh! Tschüss! Leute! Oh! Was denn? Ne! Vielleicht hat Verlug irgendwie eine gelbe Doppelzahl oder sowas! Ja! Ich wollte eigentlich ganz schnell... Ich wollte eigentlich sagen, dass ich gewonnen hab! Hä? Hä? Okay! Hä? Was hast du denn für eine verrückte Hand? Oh nein! Ja! Alter! Was? Alter! Dagegen konnte man sich nicht mehr! Zerstört von Paluten! Danke! Danke! Meine Damen und Herren! Oh! Oh! Diesmal läuft's besser! Ich hab gute Karten! Ich spüre es! Oh! Ne darfst du nicht! Du musst! Ey! Oh! Nein! Du darfst! Junge! Wenn ich sage... Okay, warte, ich bestraf paar Looten! Wow! Wow! Ich hätte nochmal ein Umdrehen gehabt, aber... Alter, bitte kein Skipp... Achso, der wurde ja geskippt! Achso, ich gönne dir das! Ich gönne dir das! Oh, das ist nett! Hat er auch verdient! 4 für Maudado! Jaaa! Oh! 8 für Zombie! Oh nein, 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 nein! Drückt er jetzt... Ne! Was soll ich denn drücken? Als hätte jeder so eine Plus-4-Karte! Ja, nochmal! Ja klar! Du... Was jetzt, Palette, bitte nicht? Oh, danke! Ach komm, du bist wieder dran! Ach, danke! Du bist so ein Herzensflecher! Jaaa, bin ich! Warum darf ich denn da nicht? Ja, weil ich nur Scheiß-Karten hab! Alter, nice Combo! Hallo! Danke! Ja, da zieh halt! Hier, dann kriegst ein paar gute! Ah, danke! Und? Ja, war immer noch Krotz! Da könnte ich ja nichts für! Oh nein, komm! Oh! Oh! Ja, geil! Schüss! Ich hab's selber nicht mal gelb! Ich weiß nicht, warum ich die gelegt hab! Ja! Oh, Palette, gelb! Welche Farben brauchst du mal, Dado? Alles, außer Grün! Ja, die Verlockung auf Grün ist sehr groß, aber... Ja! Ich wollt grad sagen, das hab ich echt dumm gesagt! Ach komm, Palette, Schüss! Was? Was hab ich dir denn heute getan? Hey, ich hab dir grade geholfen! Du bist richtig neidisch! Auf meinen Skill! Und? Ihr müsst echt zusammenarbeiten! Palette darf nicht mehr gewinnen! Ja! Wow! Dann geht mir mal rot jetzt! Geht mir mal rot! Ich hätte rot machen können! Ich hab gesagt, alles außer Grün! Komm, geh mir rot! Ja, 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 ja! Und jetzt, pass auf! Ja! Wow! Einfach verdient! Okay, die Richtung umdrehen hebe ich mir mal noch auf! Damit bloß nicht Palette dran kommt! Ja, eben! Oh, kacke! Okay! Oh nein! Okay, ich dachte schon der 2.7er, weil er so oft gesagt hat! So siebenmal! Oh, ja! Scheiße gelaufen, ne, Menjel? Ja, ein bisschen! So talentiert, was Sprache angeht! Oh! Oh! Ja! Ja! Sogar die 4! Sogar die 4! Oh, mein Gott! Äh, äh, äh! Nicht weinen, Menjel! Alle haben so viel Glück! Ey, noch ne Runde! Wir sind alle irgendwie vorbei! Wow! Ich hab zwei Sünder! Leute, ich hab ne plus 4 Karte! Uh! Tret hier Richtung um! Tret hier Richtung um! Hier, mach ich! Gut, jetzt setzt du sie gegen Manu ein! Hey, ich setz sie erst ein, wenn ich nichts anderes mehr nehmen kann! Oh! Ist das so nett von dem Odalo? Ja! Hier, Manu, du hast nochmal! Danke! Manu, weil du so traurig warst! Weil du sie rausballern in ihre Karten! Ja! Hier wird geballert! Hier wird grad echt... Echt mit den Karten um sich geworfen! Ich zerstörs! Hände einfach alle schon leer! Außer Manus! Äh! Ich wünsch mir Rot! Oh, das ist ne schöne Farbe! Ich wünsch mir Gelb! Was denn? Gelb ist kacke! Ja! Gelb ist echt kacke! Gelb ist halt echt kacke! Keiner hat Gelb! Echter Braun ist kacke! Oh, doch nicht! Ah, kommt auch wieder! Rot! Wow! Kein Rot! Oh, Grün! Warum denn nicht? Oh ja, Grün! Rot! Rot wollte er nicht! Rot wollte er nicht! Rot wollte er nicht! Ist doch egal, was ich mach für ne Farbe! Ist es? Ja! Oh! Achso, deswegen! Hallo! Du hast auch eine! Oh, schade! Warmermenge! Leute, ich hab keine besondere Karte gezogen! Ähm! Die Grüne gefällt mir auch nicht bei Looten! Weißt du, ich sag euch grade, dass ich unbedingt mal gewinnen will in meinem Leben! Und die macht sowas! Ja! Okay! Ja, bin ich auch im Club! Warte, ich zieh mal! Oh! Alter, ist das nett, das Spiel! Ja! Richtig nett! Hat Manu ne blaue Karte? Ja! Lol! 1000 Karten! Natürlich ist da ne blaue dabei! Okay, ich dreh um, damit Mauda noch nicht dran ist! Oh ja! Das ist gut! Mach rot! Mach rot! Mach rot! Okay! Danke! Vielleicht hast du ne rote 6? Ja! Warte! Warum hab ich so viel Glück? Ja, guck dir mal ne Karten! Okay, Paluten ist auch schon zu nah dran! Muss auch geblockt werden! Ja, Mauda ist auch zu nah dran! Oh, ich hab ne gelb! Oh, ich hab gelb! Das ist ne Glück! Oh! Oh ne 1! Oh! Oh! Ah! Guck da! Nochmal nachgucken! Ah! Milchgrün! Nee! Blau! Blau ist die Farbe! Ja! Oh! 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 Bitte Mauda! Oh! 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 Hallo! Hallo! Oh! Hallo! 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 Ja, mach ich! Mach ich! Nein! Das ist es! Oh! 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 Das tut weh! Der Schmerz! Da hier! Na 8! Oh, die können jetzt gewinnen für mich! Hallo! Oh, da! Das ist noch ne 8! Danke! Noch ne 8! Noch eine 8! Oh, das ist noch eine 8! Oh! Oh! Wie du schlechte Farben! Danke! Jetzt kann ich wieder ziehen! Perfekt! Echt geil! Alle anderen Farben werden reingegangen! Aber das nicht! Ja gut! 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 Alles gut! Ich wichse! Oh! Du kleiner Verrückter! Ey! Der Brüller! Oh! 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 Oh nein! Oh nein! Oh! 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 Kommste mehr dran! Oh! Leg eine Zahl bitte Paluten! Ja! Ist ne Zahl! Oh! Oh nein! Oh nein! Oh! 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 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jaaa! Geil! Du kannst es ja auch mal da beschieben! Bitte, bitte die Richtung, Leute! Geil! Hallo, ich wollte meine blaue 5 drauflegen! Oh nein! Weil ich halt meine blaue 1 drauf! Manu, hast du ne plus 4? Nee! Gib mir ruhig, ist okay! Nein! Hättest du nicht umdrehen können? Ja gut, Leute! Dann waren es ein paar Runden Urlo! Palupen hat die ganze Zeit gewonnen und einmal Maudado! Und ich und Manu sind halt die Oberloser! Dafür haben wir coolere Avatare! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Ich bin Zimtschneckenpalupen!